Soll ich mir ein Trenchcoat in Navy, also dunkelblau, oder beige kaufen? Das kommt darauf an, was du damit vorhast. Also an sich von der Kombinationsmöglichkeit von Einfachheit her würde ich dunkelblau bevorzugen, weil wir Männer sehr viel mehr dunkelblau, grau, schwarz im Kleiderschrank jetzt schon haben und es sehr viel einfacher wäre, das zu integrieren. Aber aus der Perspektive betrachtet, dass man seinen Kleiderschrank erweitert, würde ich auf jeden Fall mit beige gehen, weil es eben eine Erweiterung des Kleiderschranks ist. Das ist eine neue Farbe, die du lernen musst zu kombinieren. Wenn du das gut hinbekommen hast, dann könntest du auch dunkelblau hinzunehmen, um eine weitere Möglichkeit an der Kombination zu haben.